Kalteteen im Offiziell! Also wir sind rein, wir sind noch beim Vormar. Also für jedermann, wie der Freund schafft wird. Das sieht super aus. Ich könnte Schüsseln unter eure Beine stellen, ihr würdet mir jetzt nur richtig schieben. Und in andere Richtung. Wir krabbeln jetzt mal den Berg hoch. Wenn das zu langsam ist, der legt noch eine Schippe drauf und macht dann noch einen schneller. So, noch drei. Ja, okay, dann gehen wir mal zur Zwei runter. Super, wir müssen gar nicht so schnell machen. Und die drei. Die müssen nicht springen. Nur die, die wollen, ja? Genau, oder? Genau. Das ist eine Übung, die kann man zu Hause schultern und stu machen. Das ist eine Übung, die kann man zu Hause schultern und stu machen. ... Drei, två, eins, Super! Wuh! Super! Super! Oh! Jo! Oh, das ist gerade schwer! Das ist gut! Das ist gut! Sehr geil! Ja! Ja! Wuh! Prost! Nein, nein, nein! Die Frage ist, ob er das beim Mikrofon ist, oder? Ach klar, das ist überschritten! Ich schreibe es dir im Montag noch! Ich habe mir jetzt Quatsch nicht gekonnt mit Handstand. Äh, Quatsch nicht. Ich sage Handstand, weil ich das Handstand sehe. Das stimmt, oder? Puh! Wuh! 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 Schön, dass ihr unser Video bis zum Ende geschaut habt. Auf unserer rechten Seite findet ihr unsere Social Media Links, unser Abonnierbutton zu Youtube, Facebook und Instagram. Und hier unten findet ihr unsere letzten beiden Videos. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gerade ist zynikoffiziell, du bist nicht allein.